Raphael van der Vaart hat seine Karriere mit sofortiger Wirkung für beendet erklärt. Der ehemalige HSV-Profi begründete seine Entscheidung mit einer neuerlichen Verletzung. Der 35-Jährige steht noch bis Mitte 2019 beim dänischen Erstligisten Esbjerg FB unter Vertrag. Van der Vaart, der für den Hamburger SV 152 Bundesligaspiele bestritt, spielte unter anderem für Tottenham Hotspur und Real Madrid. Bei der WM 2010 wurde van der Vaart mit der niederländischen Elftal Vizeweltmeister. Untertitelung des ZDF für funk, 2017